grösser euch Mateja hier die nächste ausgabe vom ninja turm ist da also natürlich nicht nur das event ja wenn wir schauen ob ich gas gebe ein bisschen wahrscheinlich schon sondern vor allem wieder neue ninjas ich habe gestern ein video gebracht mit ein paar ziehungen aber alpha eta ziehungen ziehungen für talag also kostümierten talag und habe dabei eine vorschau gemacht auf also ein bisschen auf die nächsten portale die kommen was dabei ist und dabei schon angekündigt dass genau diese vorgestellten helden da jetzt dabei sind und da habe ich noch gesagt sie sind nicht überragend so gut aber nicht besonders nicht so gut wie die letzten ninjas und dieser letzte zeit oft geändert worden und genau das war dieses mal auch wieder der fall und zwar die neuen die beiden neuen azurite wie man sagen will und kuschanko sind beide von der betatest version auf die live version ich finde schon zumindest im fall von kuschanko entscheidend verstärkt worden war ein bisschen so zu erwarten und finde generell okay weil sie davor nicht so spannend waren und so ist sichergestellt so wie früher dass fast jeder ninja neues ein dollar ninja ist das hat er schon begonnen mit westokra zahlen mit am anfang war gar nicht leichter gefragt ist die an kobalt ohnex noch hört sich jetzt nicht ohnex aber doch nix dann die nächste generation ist kommen mit ruby als absolutem top ninja zu der zeit dann sind kommen jetzt vor einem halben jahr ungefähr die ersten aus der neuen charge gut topas war bei der mittleren dabei mit amethyst und ich kann nicht so natürlich doch und mit dem ohne der besonders gut ist auch und das letzte mal in der ausgabe waren wir ihn nie neu und fast jeder von denen die jetzt vorgessen habe war zu der zeit zu der sie rauskommen sind zumindest einer der besseren helden die mir so hat insgesamt sie wünschen und können vor allem also fast alle davon sind kriegs und heute auch turnierhelden von der art wie das special aufbaut ist mit den drei ladungsstufen es ist es kommt anderen einsätzen sowie events titanen und so weiter eher nicht entgegen deswegen aber für die meisten die kriege unseren rates und so weiter der schwerpunkt im spiel dadurch sind es alles gefragte leute oder tiere wie man dort sieht immer mehr tiere in empires in passels also wie immer ein prozent oder nicht wie immer im ninja tour ist es immer so ein prozent ist die wahrscheinlichkeit auf einen der vorgestellten helden nur 0,3 auf einen weiteren event helden man kann sie sogar da sollte sich gerne ob schmücken dass man weiß nicht durch glück einen ohne zieht oder so also das soll jetzt nicht irgendwie die entscheidung beeinflussen ob man spielt ob man zieht aber warte noch zu mir in die ich habe recherchiert welche was die namen bedeuten die ursprünglich ninja sondern fast alle irgendwie edelsteine oder halt andere mineralien mir nie ist eine zu kurz offen das war eine es war eine echte person in der geschichte von japan eine kriegerin im sechzehnten jahrhundert die heute keine ahnung bis ins hohe alter war sie eine tolle kriegerin und deswegen passt das bild dazu in dem spiel jetzt ist sie eine tolle schnelle oder besser gesagt sogar sehr sehr schnelle heldin heilerin die da dazu man regenerations bonus gibt wie sie neu rausgekommen ist habe ich mir ein bisschen ja habe ich ein bisschen unterschätzt wie stark sie wirklich ist ich habe keine erfahrung damit ich habe sie ja nicht aber ich glaube wenn man sich jetzt überlegt wie das dass sie sehr schnell also sehr schnell in ihrem fall bedeutet ja bei ninjas sind diese drei klassen die ihm der zwanzigsten klassenstufe vier prozent mana geben die sind besonders gut harmonieren stark mit der ninja klasse damit dann ladungsgeschwindigkeit weil sie dann die erste stufe auf vier steinen die zweite auf acht und die dritte auf zwölf steinen geladen sind das bedeutet bei mir ist er nicht eine druide und kriegt vier prozent mana bonus und wenn sie dazu eine magier truppe hat eine volle oder einen baden im team mit einer normalen truppe dann ist sie mit vier steinen geladen was sehr oft vorkommt einfach mit einer drachenbombe am anfang und dann hat man gleich einmal beginnt man kampf gleich mit verstärktem leben mit zwei prozent aber mit zwei zügen lang mehr verteidigung und zwei züge lang kriegt man 33 prozent mehr mana regeneration auf alle helden und das bedeutet dass das es leicht ist diverse schnelle helden mit sechs steinen zu laden oder halt alles mögliche sonst deshalb also vieles kann man damit bewerkstelligen am ehesten oder am realistischsten ist das dass man schnellen helden auf sechs steine bringt damit gut sehr stark hätte ich gerne wie sie gefeatured war habe ich so viele ziehungen gemacht wie sonst noch nie in einem portal aber hab dann nur noch ganz langer zeit einen ohne krieg bekommen der ist ähnlich gut so jetzt einmal so was jetzt reden aber über die beiden neuen helden beginne ich einmal mit azurit wenn ich schon sagen oder name herkommt azurit das hätte ich sogar noch wusst ist ein mineral kristallförmig und blau passt zu ihm also familien und so weiter brauchen wir drüber reden ich stelle mir die normale die ausgangswerte ein und da sieht man gerne hat abartig hohen angriff also 894 noch ohne irgendwie verbesserungen ohne keine ahnung wappen breaks und so weiter man vielleicht täusche ich mich aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dass vorhören höheren angriff geben hat wird dann auf jeden fahrrad angeschaut wahrscheinlich geht es nur ein bisschen höher also geht auf jeden fall über 1200 deutlich drüber erste manor aufladung füge dem ziel und benachbarten gegnern 250 prozent schaden zu das ziel und benachbarte gegner erhalten 35 prozent also minus 35 prozent genauigkeit für zwei züge und das ziel und nahe gegner führen einen einem fügen einem zufälligen verbündeten 320 schaden zu wenn sie in zwei runden die spezialfähigkeit verpassen komisch benannt ja aber damit ist natürlich gemeint als erster schaden der wurde übrigens im vergleich zum betatest von 220 auf 250 hochgesetzt finde nicht so unentscheidend ist schon fast 15 prozent mehr was ich mir erinnere ist auch die ungenauigkeit spur aufgesetzt worden auf 35 prozent zwei züge nur lang also sprich das muss man schon ein bisschen nehmen dass wenn man doch drei helden trifft dass man auch möglichkeit dass vielleicht zwei helden der special in der zeit auslösen beziehungsweise ganz ideal wäre es natürlich dass man damit die helden ausschalten kann aber das wird für so wenige steine wie das bei azurid benötigt wieder für benötigt werden wird es eher schwer sein und wenn der hält da tatsächlich nicht trifft dann kriegt der schaden an oder beziehungsweise dann verteilt er den schaden besser gesagt auf gibt er auf einen anderen helden von den gegnern 320 ist jetzt nicht ja nicht brutal sorge einmal wenn das zutrifft aber ist natürlich schon einmal höhere bestrafung dafür wenn er wenn man halt rein spielt oder spielen muss in diese ungenauigkeit und dann hat er wenn das hat erschlagend wird ja elisa vorher die geber vorher die anderen wie sie das nur verhält mit den höheren ladungsstufen zweite mana aufladung füge dem ziel also die fähigkeit bleibt ganz gleich nur mit anderen werten 325 prozent schaden zu 40 prozent genauigkeitsreduktion und 390 schaden und das ganze für drei runden und man sieht so das ist symmetrisch wie bei irgend so ein intelligenz test wo verglichen wird was die verschiedenen sachen ändern und muss es fortsetzen also man wäre wahrscheinlich drauf kommen dass es ziemlich so ausschaut die dritte stufe 400 prozent schaden bei den gegnern minus 54 prozent genauigkeit für vier züge also richtig viel und 470 schaden wenn das jetzt passiert also hat die letzte stufe ist natürlich ziemlich brachial aber das muss ja sein weil das so viel mal benötigt die kann man jetzt ein bisschen ignorieren bei bei vorher gesagt ob die waren geschwindigkeiten wenn man droide und so weiter ist wenn man nicht auf diese 24 prozent mana regenerations bonus kommt immer benötigt um diese 4 8 12 steine zu erzielen zu erreichen dann wird so ein ninja mit 59 13 steinen geladen und gott die 13 steine können manchmal schon immer wieder bewirken dass es immer wieder vorkommt dass sie nicht geladen sein ich spiele aktuell sehr viel mit amethyst die könnte man theoretisch mit der mana truppe als mit der magier truppe auch auf 4 812 bringen ich habe auch nicht so viele magier truppen deswegen funktionieren sie bei mir für 59 13 und wenn ihr gutes board habe mit vielen lila steinen und die das auf maximieren will sozusagen dann kommt schon das vor dass sie zwölf steine habe und sie nicht geladen sind das ist zwar für einen kampf in dem fall völlig irrelevant weil der sowieso gewonnen ist wenn ich mit zwei amethyst und nix spiel und ja und und dann die auf zweiter bzw dritter ladungsstufe auslösen aber rein für die praxis macht auch da einen unterschied aus wie nur sagen ob man eben diese 24 prozent erreicht hat oder nicht während 89 ist der unterschied nicht so groß bei der zweiten ladungsstufe vom prinzip her sind normalerweise helden die ungenauigkeit verursachen welche die ich lieber in der def aufstellen würde also das war bisher fast immer so bei drake und es gibt aber grüne jetzt die ungenauigkeit machen und auch bei kunden wenn man sie mit lila wenn man mit lila angreift was ja normalerweise oft hin machen wird es ist für einen angreifer deshalb noch unangenehmer wenn er ungenauigkeit kriegt auf seine helden weil er der angreifer in so gut wie jedem modus kein vorteil ist und er erwartet dass er gewinnt wenn dann zwar zufällige fähigkeit gewirkt wird dann tut er seit demjenigen der er im vorteil ist viel mehr weh als oder kann ihm viel mehr wehtun als im umgekehrten fall wenn hat ja wenn der gegner der den nachteil haben kann sowieso meistens verliert deswegen ist diese blindheit stärker bei helden in der def stehen bei ninjas ist es so dass viele davon vor allem die die mit dem höherem special also mit zweiten und zweiter und dritter ladung immer stärker werden dass die für die def nicht allzu gut geeignet sind ich sage jetzt einmal bei azurid ist es so ein mittelding ja in wahrheit ist es kein mittelding auch bei azurid ist es eigentlich gut wenn er früh auslöst ich glaube nur eher dass er für die def dann doch für heutige verhältnisse zumindest für die doppelkanz die viele möglichkeiten haben und azurid wird er den weg in doppelkanz finden weil er nicht so leicht zu kriegen ist glaube er nicht dass er für die def ausreichend stark ist und für einen angriff kommt darauf an was man damit was man rundherum bauen kann wofür man benutzt es kann natürlich auch schon was bringen wenn man sehr schnell für vier je nachdem mit mit baden vier ansonsten fünf steine wenn man dafür den schaden macht und vielleicht eine ungenauigkeit auf unangenehme gegner die in der nächsten zeit auslösen werden also ein bisserl an kontrolleffekt hat es schon auch aber ich glaube es ist zu wenig ist dass man in einer wirklich in einem in einem kontrollanteil von einem team spielen kann ich glaube schon dass man eher ihn mit mehreren helden die schaden machen und schnell sind kombinieren sollte vielleicht der idee wäre beispielsweise in einem hippo team wo das einfach praktisch ist wenn dann noch die helden schnell feuern und eben zusätzlich schaden machen ja das ist zwar meistens nicht so entscheidend weil bei hippo wenn es auslöst dann ist es sowieso oft bald in ein paar zügen geschehen aber könnte sein dass damit gut harmoniert oder das azurid mit anderen ninjas es ist jetzt noch von den vorgestellten der der für mich am wenigsten interessant ist aber trotzdem auf jeden fall gute fähigkeit hat also wenn man wenn man ein team findet in dem mail in dessen gut einbauen kann glaube ich so dass ja also empfinden auf jeden fall auch als gut aber jetzt nicht als absoluten top helden und jetzt kommen wir zu kuschanku von der klasse her als ball hat ihn also auch nicht möglich ohne baden auf 4 8 auf 4 8 12 steine zu bringen gerade in seinem fall wird es aber glaube ein paar konstellationen schock geben werden sie finden lassen um ihn sehr wohl mit einem baden zu spielen das beispiel werde ris wahrscheinlich also ich könnte mir vorstellen da wirklich gutes team mit ris gemeinsam weil gesagt habe was der name bedeutet kuschanku war ein chinesischer kampfkunstexperte im 18 jahrhundert der nach japan entsandt worden ist ja keine ahnung werden schon wenn es dann einen recht langen wikipedia beitrag dazu gibt werden die heute in der geschichte von in der asiatischen gesichte recht von bedeutung gewesen sein gut für uns jetzt nicht so aber ich wollte es nur kurz erwähnen seine fähigkeit hat sie in der ersten aufladung gegenüber dem betatest enorm verändert und zwar füge dem ziel 280 prozent schaden zu der wirker versteckt sich für zwei züge solange er versteckt ist kann der wirker keine neuen statuseffekte oder stapler halten und der gesamte erlittene schaden wird um 20 prozent vermindert wenn der wirker sein versteck verlässt erleiden alle feinde 214 schaden die während des versteckens spezialfähigkeiten verwendet haben und jetzt der entscheidende entscheidende änderung das ziel wirkt automatisch blindwütiger angriff auf einen zufälligen helden sobald sein mann innerhalb der nächsten zwei züge voll ist im betatest war diese stark ist dieser starke teil von der fähigkeit nur in der zweiten und dritten aufladung dabei und das ändert sehr viel dadurch wird er für mich von an soliden aber nicht besonderen helden zu einem schoss sehr guten helden jetzt rein der schaden jr 280 auf ein ziel ist ja nicht übermäßig viel aber okay für sehr schnell und so weiter dafür ist ja jetzt immer sehr schnell den weit ist aber viel schneller als sehr schnell die der zweite teil ist eben diese fähigkeit die man schon kennen von den blauen helden wo wieder der name nicht einfällt also er nach anwenden zwei züge lang kriegt ein bisschen weniger schaden ist im umgang über statuseffekten und stapeln und wenn er auftaucht kriegt jeder hält der in der zwischenzeit irgend das special gewirkt hat also jeder gegnerische hält kriegt in dem fall 214 schaden natürlich die 214 schaden skalieren mit dem angriff das wird dann mehr wird 288 wenn alles gemacht wäre bei kushanko die fähigkeit ist so wie beim folgen wie bei azuriz so dass sie bei zweiter dritter aufladung hat einfach in jeglicher hinsicht ein bisschen besser wird bei zweiter aufladung für neuen steine haben wir 370 prozent schaden was zugegeben recht wenig wer für ein quasi mittelschnellen helden auch nur mit nur einem ziel der rest ist trotzdem gut versteckt sich aber für drei züge nicht für zwei der schaden wird um 30 prozent verringert also mehr überlebensfähigkeit und so weiter dass die gegner wenn sie in der zeit der special wirken kriegen 298 schaden auch ein bisschen mehr und der blindwütige angriff wirkt drei züge lang beziehungsweise drei züge lang muss einen blindwütigen angriff durchführen der hält der anvisiert worden ist für die dritte aufladung die sehr mächtig sein muss haben wir den schaden auch für 50 prozent vier züge lang wirkt das ganze 40 prozent verminderung vom schaden ein bisschen mehr schaden wenn er auftaucht und der blindwütige angriff hält vier runden also es ist bei seinem special ganz klar dass es viel 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 stärker ist wenn man es oft auf niedriger stufe auslösen kann als einmal auf sehr hoher stufe weil man ja mit der auslösung auf niedriger stufe ja auch schon ein bisschen schutz hat für zwei züge dadurch wird erleichtert dass er lang genug lebt dass er zweites mal auslöst und so weiter also die große stärke von kuschanko liegt da auf jeden fall im ersten special dass der es mit fünf steinen gespielt werden kann und eben gerade wenn man ihn mit riss kombinieren würde oder auch mit ogema oder was in der zieser in der anderen farbe da sonst von baden das als vier steine was schon großer unterschied ist weil man oft drachenbomben irgendwie am anfang sich zusammenlegen kann oder hätte eine serviert bekommt die fähigkeit blindwütiger angriff ist enorm stark gewiss das von alfricke klassisch inzwischen gibt es ja mehrere solche helden die schnellsten sonst jetzt an schnell das ist bubbles da ist ein bisschen stärker natürlich der blindwütige angriff er weiterspringt auf andere helden und bubbles kann man die in perfekter voraussetzung unser er auch auf sechs steine bringen dann wird bubbles richtig richtig stark ist aber schon einmal sprung ob es nur vier steine kostet und auch wenn das jetzt nur zwei züge lang hält man kann das ja gut damit gott weiß nur ein ziel ist das timing ist oft wichtiger wenn helden mehrere ziele haben wenn ich mit dem vorigen hält mit azurid mehrere helden blenden will dann muss das so gedämpft sein dass die innerhalb von der zeit die das blenden wirkt heute auslösen wenn ich nur ein ziel habe dann weiß ich ja ziemlich genau wann das auslösen wird oder kann es soweit beeinflussen und insbesondere wird es sehr oft entscheidend sein dass man den denkt damit ausschaltet ausschaltet es zumindest lang genug aus dem kampf heraus nimmt bis man sich andersrum kümmern kann das heißt empfindet kuschanko als wirklich top beitrag für einen kontrollanteil in einem team und natürlich gibt es inzwischen alle möglichen teams die netten war auf drei schaden selten aufbaut sind die halt irgendwie komplexer funktionieren und auch da ist er sicher also kann einen guten beitrag leisten aktuell ist der stärkste denkt arm ist das ist ein bisschen zweischneidig arm ist es mittelschneller denkt würde davon ausgehen dass man schon recht oft oder meistens vier steine in der oder fünf vier oder fünf steine in der zweitfarbe vor ihm zünden kann wenn man wahrscheinlich die hauptfarbe kriegt dann findet man ja sowieso normalerweise wenn das aber nicht gelingt und kämpfe gibt es natürlich ja genug dann bewirkt die fähigkeit von arm ist das kuschanko nutzlos ist für die nächsten drei züge und deshalb wie gesagt dieser bisserl zweischneidig auf der einen seite will man natürlich gegen arm ist besonders gute antwort haben um zu verhindern dass auslöst wenn das aber misslingt und gottes sind eigentlich die schwierigsten kämpfe dann ist kuschanko umsonst deswegen ja das wird man ein bisschen ausprobieren müssen ob das jetzt sinnvoll ist das risiko wert ist ob es nicht besser ist man setzt kuschanko dann gegen einen anderen denk ein der jetzt für sich zwar vielleicht nicht so gefährlich ist und was nicht so wichtig ist dass man immer in einem auslösen hindert aber dass man dafür auch eingreifen kann wenn es schon eigentlich zu spät ist für den denk ja ich würde mir auf jeden fall über ihn sehr freuen weil mir die schnellen die sehr schnellen heiler großteils abgehen würde mir wahrscheinlich über mir am meisten freuen aber es sind alle drei gut und alle drei soll nichts schlimmeres passieren dass einen davon zu ziehen ich werde auf jeden fall im rahmen also innerhalb der nächsten vier tage ziehungen wochen die ich wahrscheinlich auch hochladen wird ich werde aber noch ein paar tage warten und schauen welche angebote noch mit durmmünzen kaufen kann was es noch gibt und wie viele juwelen die eigentlich dann dafür bereit bin herzugeben wahrscheinlich werden schon recht viele sein aber schauen wir mal je nachdem wie die ziehungen laufen deshalb weil in nächster zeit andere portale kommen die mir sehr wichtig sind die kostüme mit dem doppelkostüm von mariana kommen um den zwölften glaube ungefähr oder neunten was nicht genau am siebten juni kommt das atlantis event das neue die and hotels wo auf jeden fall sehr gute helden dabei sind also ich brauche einfach juwelen in nächster zeit und je nachdem welche angebote passende es jetzt für durmmünzen und auch juwelen gibt nächstes wofür wir jetzt in das portal investieren ja das gleiche für euch ansonsten ist das portal natürlich brutal weil heute abgesehen von den 1,15 prozent ungefähr guten helden für heutige verhältnisse ist ja sonst nichts drin und geht es nur dahin mit klassischen helden na gut ninja zu truppen auf die wir natürlich einige gewartet haben machen erziehungen passt also ich hoffe es hat euch geholfen bis morgen zum seelentausch